Die Mannschaften, die Deutschen spielen mit Klessi Bonhoff, drei Klingkammer, das ist die Abwehr im Mittelfeld, acht Wimmer. Jensen. Noch interessanter zu werden als die erste Begegnung in Düsseldorf, denn Real ist überaus heimstark und in Innsbruck dann mit 6 zu 1 erfolgreich blieb. Danner, Henkes, Camacho, Danner, Henkes, Bonhoff, Danner, Borussia Mönchengladbach, Klingkammer, Klingkammer, Jensen, Borussia Mönchengladbach und Günter Netzer, dem Star bei Real, der jahrelang das Bild der Borussenmannschaft geprägt hatte. Real beherrschte, Kalender, Nonchengladbach, Gästen, Besseren, Eben, Dabla, Eben, 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 Dabla, ... Danner Contraataque a cargo de Jensen Cuenta con el apoyo de Wimmer a la derecha Y de Henkes Danner Klinkhammer Defensa Jensen Klinkhammer Jensen Y gol de Jensen Kear Fox Danner Danner Cuando avanza el Borussia se produce un silencio Con los espectadores Saque de mano Amancio Se desmarca a la derecha Necce Velázquez Jensen Ante el Camacho Bimmer Afortunadamente Jensen Totalmente anulado el extremo derecho de Simonson Jensen Jensen Y acaba de marcar Jensen Va a entrar Pirri Se va Jensen El árbitro en principio dejó cuidado a la derecha Jensen Ante Jensen Ante Jensen Ante Jensen del Bosque Benito Iba a tirar Jensen También Simons También Simons